Friede sei mit euch, der da ist, der da kommen wird. Ich freue mich heute hier auf Hakika TV ein weiteres Video zu machen über das Thema Während der Kreuzigung waren keine Jünger dabei. Das behauptet ein Dauergendist von Iman TV namens Zertac und er sagt, ungefähr will ich so zitieren, während der Kreuzigung Jesu, deswegen kann man auch nicht die Kreuzigung Jesu als glaubwürdig bezeichnen, kein Jünger dabei war, dann sagt er weiter in einem Dauertraining, dass in einem Evangelium ein Maria, seine Mutter steht, dass sie bei der Kreuzigung dabei war, aber es ist nicht sicher, ob das Maria Magdalena war oder Maria Mutter Jesu war. Und wir möchten das, wo die Dauergendisten so einfach über die Bibel behaupten, auch prüfen, auch natürlich widerlegen. Lass uns erstmal das Video gucken, was dieser Dauergendist über die Bibel behauptet, über die Kreuzigung Jesu, dass niemand während der Kreuzigung Jesu dabei war. Lass uns einfach dieses kurzes Video gucken und dann kommen wir gleich zu dem Punkt. Müssen wir verstehen, dass während der Kreuzigung die engen Jünger von Jesus nicht bei ihm waren. Das heißt, was wir daraus schließen können, diejenigen, die fest an ihn geglaubt haben, ja es gibt, ich glaube ein Evangelium, wo gesagt wird, dass Maria bei ihr war, aber da ist es auch nicht sicher, ob es seine Mutter war oder Maria Magdalena. Ihr habt gesehen, dass dieser Dauergendist gesagt hat, während der Kreuzigung Jesu kein Jünger dabei war. Und ein Maria, aber man weiß nicht, ob es Mutter Jesu war oder Maria Magdalena oder andere Maria. Das ist nicht klar. Aber das stimmt einfach nicht. Ich finde es einfach so schade und traurig, dass man behauptet, von der Bibel zu wissen, aber gar nicht zu prüfen. Und wir möchten ja einfach mal mit dem Johannesevangelium beginnen. Wer war während der Kreuzigung dabei? Wer war kein Jünger dabei? War seine Mutter dabei? War doch eine andere Maria, die behauptet wird? Und da gucken wir Johannes 19, Johannes 19, Vers 25 fange ich an. Ich habe die Elbefelder Übersetzung. Hier steht, es standen, aber bei dem Kreuz Jesus seine Mutter steht. Und die Schwester seiner Mutter, Maria des Kleopas Frau und Maria Magdalena. Das heißt, das erste Prämisse von ihm oder Behauptung, dass man weiß nicht, ob Mutter Jesu da war oder eine andere Maria war. Hier wurde diese Behauptung einfach widerlegt, weil die Bibel während der Kreuzigung Jesu sehr detailliert von Personen beschreibt. Hier steht, wie gesagt, seine Mutter war dabei, Maria Magdalena war auch dabei. Es wird unterschieden. Dann Vers 26 steht weiter. Als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger, den er liebte, dabei stehend, spricht er zu seiner Mutter, Frau, sehe dein Sohn. Dann spricht er zu den Jünger, siehe deine Mutter und von jener Stunde nahm der Jünger sie zu sich. Also hier steht ganz klar der Jünger, den er liebte. Lass uns mal gucken, wer ist der Jünger, den er liebte. Wir haben durch die Kirchentradition und viele andere die Bestätigung, dass der Jünger, den er liebte, dass Jesus diesen Jünger sehr geliebt hat, in anderen Versen steht, wo Jesus seinen Kopf nimmt und so auf seine Brust legt. Das ist der Johannes, der das Johannes-Evangelium auch verfasst hat. Und hier sehen wir, dass hier Dauertaktiken benutzt wird oder nur einfach so rüberkommen möchte, um zu zeigen, ich kenne mich mit der Bibel sehr gut aus. Es waren kein Jünger während der Kreuzigung dabei. Man sieht hier, hier wurde die Bibel nicht gelesen. Und deswegen würde ich euch, lieber Geschwister und liebe Muslime, euch empfehlen, wenn von einem Dauergandist eine Behauptung gesagt wird, prüfe das. Prüfe auch von uns. Hier steht in Johannes 19, Vers 25, dass die Mutter Jesu dabei war, Maria Magdalena. Das wird klar, so quasi differenziert, wer Mutter Jesu ist und wer Maria Magdalena ist. Und dann steht weiter auch, dass der Jünger dabei war, den er liebte. Und lass uns weiter gucken, was die Bibel noch dazu sagt. In Johannes 19, Vers 35 steht weiter, und der, der es gesehen hat, hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er sagt, was wahr ist, damit ihr glaubt. Also hier wird ein Zeugnis abgelebt, der Anspruch ist da. Was dieser Jünger gesehen hat, es ist wahr und wir können das bezeugen. Und wir haben gesehen, dass in der Bibel ganz klar ist, während der Kreuzigung natürlich ein Jünger dabei war und die Mutter Jesu dabei war und Maria Magdalena dabei war. Und das beschreibt die Bibel so detailliert, sogar die Frau von Kleopas wird beschrieben, dass es ein wichtiges Ereignis war. Lass uns mal gucken, was sagt der Koran über die Kreuzigung Jesu. Lass uns mal Surah 4, Vers 157 gucken. Hier steht, sie sagten, die haben den Sohn Maria, den Gesandten Allah, getötet. Aber die haben ihn nicht getötet, nicht gekreuzigt, es erschien ihnen so. Das Wort Walakin Shubillahum heißt es in anderer, so quasi genauer Übersatz, es erschien ihnen so oder sie wurden enttäuscht. Jeder muslimische Gelehrte, jeder Moslem, der sich zu der sunnitischen Richtung bezeichnet, als sunnit sich sieht, muss an die Kreuzigung glauben. Eine Kreuzigung hat stattgefunden, eine Kreuzigung hat stattgefunden, es hängt jemand, er sah wie Jesus aus, aber es war nicht Jesus. Das heißt, alle haben gesehen, die Juden, das hängt jemand, der wie Jesus aussieht. Wenn das hier stimmen sollte, dann hat Gott uns alle angelogen, dann hat Gott 600 Jahre gebraucht zu sagen, er war, das war nicht Jesus. Es gibt keine glaubwürdige Quellen, die wir nennen können, dass es nicht Jesus am Kreuz war. Es gibt, wie Baseliten, das wurde auch widerlegt, wir können auch extra ein Video machen, oder dass es nicht Jesus war. Und wann das hier stimmen sollte, warum braucht Gott 600 Jahre? Oder wieso muss es nicht so sein, dass tatsächlich am Kreuz Jesus hängt, auf einmal mit dem Wunder alle sehen, es war nicht mehr Jesus. Und das ist unmöglich. Und wenn das hier stimmen sollte, dann hat Gott uns alle belogen. Und es bestätigt den Vers, wo steht, dass Allah der beste Täuscher ist, der beste Listenschmied ist. Und ich kann immer sagen, kann jemand immer sagen, ja, das hat nicht mit Kontext zu tun. Okay, aber wenn hier Gott uns alle getäuscht hat, dann bestätigt die Aussage, dass Gott uns alle getäuscht hat. Und es sah wie Jesus aus, aber es war nicht Jesus. Lass uns mal auch gucken, was sagen, sogar im Islam ist es nicht klar, was da genau geschah. Es gibt, ich habe vier unterschiedliche Interpretationen gefunden. Es ist nicht klar unter den Muslimen, was da geschah. Es ist einfach unter Muslimen nicht klar. Und wenn jetzt der Koran sagt, dass Jesus nicht gekreuzigt wurde, es erschien ihnen so, dann muss der Koran es verpflichtet, mir zu zeigen, was genau da geschah. Lass uns die Interpretationen gucken. Ich habe mir ein bisschen aufgeschrieben und ich würde es vorlesen. Die erste Interpretation von vier. Die Rettung von Jesus. Diese Interpretation wird von vielen muslimischen Gelehrten unterstützt. Eine Quelle ist dafür der Kommentar zum Koran von Ibn Qasir. Ein bekannter sunnitischer Gelehrter. In seinem Kommentar argumentiert er, dass Jesus nicht gekreuzigt wurde, sondern direkt von Gott gerettet wurde. Das ist eine Interpretation, die wir haben. Lass uns auch die, ich kann das Wort nicht gut aussprechen, die Substitution Theorie angucken. Diese Interpretation wird von einigen muslimischen Gelehrten unterstützt. Ist jedoch unter muslimischen Gelehrten umstritten. Sogar da ist es umstritten. Eine Quelle ist die Theorie, dass diese Theorie unterstützt wird, ist das Werk Tafsir al-Qurtubi. Ein Kommentar zum Koran von Muhammad Ibn Ahmad al-Nasari al-Qurtubi. In seinem Werk argumentiert er, dass es eine Möglichkeit gibt, dass jemand andere anstelle von Jesus gekreuzigt wurde. Dann gibt es das, die manche sagen, dass Judas sein sollte oder Petrus oder jemand hat sich freiwillig gemeldet, dass er gekreuzigt sein will und sterben will. Und Jesus sagt, jemand, der sich freiwillig kommt, wird dieselbe Stufe vom Paradies bekommen. Er hat in einem Vortrag Abu'l-Bara gesagt. Es gibt dann die dritte Interpretation, die Halluzination-Theorie. Diese Interpretation wird von einigen muslimischen Gelehrten unterstützt, ist jedoch unter muslimischen Gelehrten auch umstritten. Eine Quelle, die diese Theorie unterstützt, ist der Kommentar von Imam Abu al-Fida, Ismail ibn Kathir. Einen bekannten zynitischen Gelehrten, in seinem Kommentar argumentiert er, dass die Juden möglicherweise eine Halluzination hätten und dass die Kreuzigung von Jesus nie stattgefunden hat. Also, das ist die dritte Interpretation. Und es gibt die vierte Interpretation, wo ich einfach auch da lustig fand, die metaphorische Interpretation. Diese Interpretation wird von einigen Muslimen auch bestritten, aber viele Gelehrten unterstützen eine Quelle, dass diese Theorie unterstützen sollte. Tafsil al-Jalalai, der Kommentar zum Koran steht, er sagt in seinem Werk, argumentiert er, argumentiert sie, dass der Vers eine metaphorische Bedeutung hat und sich auf die moralische Verantwortung der Juden bezieht, Jesus zu folgen und zu verleuten, anstatt ihn physisch zu töten. Also, wir sehen, dass im Islam nicht klar ist, was passiert ist. Wurde Jesus gerettet? War das eine Halluzination? War das eine metaphorische Interpretation oder was ist da passiert? Und das können bis heute Muslime nicht antworten. Muslime können wissenschaftlich die Kreuzigung Jesu nicht widerlegen. Die können es einfach nicht. Muslime können es einfach nicht. Und es ist einfach Fakt, man muss es einfach die Kreuzigung Jesu annehmen. Sogar meisten Bibelkritiker ist es Konsens, dass alle einig sind, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Und die Bibel hat dafür einen Grund. Die Bibel hat einen Grund. Die Bibel sagt, dass Jesus Christus perfekt gelebt hat. Dass Jesus Christus für uns perfekt gelebt hat. Und das Gesetz erfüllt hat. Und er hat das Gesetz erfüllt. Und ein perfektes Leben geführt. Und für dich und für mich am Kreuz bezahlt. Und er ist auferstanden. Vielen Dank für Zuschauen. Ich freue mich, wenn du diesen Kanal abonnierst. Ich freue mich, wenn du für uns betest. Und damit du mehrere Videos, Debatten, Livestream mit akademischen Professoren nicht verpasst. Abonnier diesen Kanal. Ich freue mich auch, wenn wir immer wieder Videos produzieren, um den Herrn zu verherrlichen. Amen. Amen. Vielen Dank.